Hallo, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Heute am Donnerstag. Ich mache noch nicht die neuen Quests mit der Brücke, beziehungsweise bei Bernadine, sondern ich mache erstmal bei Madison weiter, denn ich wollte es gerne erst zu Ende bringen, auch wenn es heißt, dass ich erstmal noch weiter den langen Weg nehmen muss. Dina, hast du das auch gehört? Warum siehst du so besorgt aus? Pferde? Du hast recht. Das ist das Geräusch von vielen Hufen, die näher kommen. Es müssen die Wildpferde sein. Da, schau, ich kann sie sehen. Sie sind wirklich in Eile. Irgendetwas muss sie erschreckt haben. Agent Dina, du hast völlig recht. Wir müssen in Deckung gehen. Aber wo? Was meinst du? Wo wollen wir uns verstecken? Ich habe keine Ahnung. Wo sollen wir denn hin? Wollen die Kleine hier hinten drauf? Oh Mann. Sieht so lustig aus, wenn man jemanden mitnimmt. Okay, ähm, ähm. Oh, ich liebe das mit Videos sehen. Das ist voll gut gemacht von Star Stable. Das ist richtig gut. Oh. Oh, jetzt sind sie weg. Puh, das war knapp. Aber warum sind sie gelaufen? Das wüsste ich auch gerne. Ich habe noch nie ein Pferd so laufen sehen, wenn es sich nicht erschreckt hat. Aber was auf dieser Insel sollte die Pferde so verängstigen können? Wir haben hier keine Feinde oder sowas. Vielleicht haben sie ein Gespenst gesehen? Warte, hör mal. Da ist das Geräusch, das ich vorhin gehört habe. Komm schon, Dina. Irgendwas hat die Pferde verschreckt und wir müssen wissen, was das war. Vielleicht Piraten oder... Komm, wir müssen uns beeilen, Dina. Oh Gott, was mag das jetzt sein? Wir nehmen die kleine Madison wieder mit. Ach, guck. Hier ist die Wildpferdeherde. Sehr schön. Okay, wir nehmen die kleine Madison hinten auf Classys Popo mit. Wo müssen wir denn jetzt... Wo bin ich denn jetzt? Wir sind jetzt kurz vom Einsiedeln auf der falschen Seite. Das war unter Garantie D'accord. Eine Fähre? Wie seltsam. Von hier werden keine Fähren ablegen. Die einzigen Fähren legen am Hafen ab. Das war keine normale Fähre. Großmutter hat bestimmt tausende Male erwähnt, wie gefährlich die Gewässer um die Insel herum sind und wie viele Schiffe Schiffbereiteten haben. Warum würde eine Fähre von hier und nicht vom Hafen ablegen? Hm. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, dass das ein Fall für die Detektive Dina und Madison ist. Du willst helfen? Du willst? Juhu! Zusammen können wir dieses Rätsel lösen. Ich bin mir fast sicher, dass es das Boot war, was die Pferde verschreckt hat. Glaubst du nicht auch? Die Frage ist, was macht es hier? Detektiv Dina, stell dir vor, dass es Piraten sind. Und jetzt haben sie ihren Schatz irgendwo hier versteckt. Komm schon. Es wird schon nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen. Lass uns jetzt Kapitän Goldzahns Schatz finden. Schau du dort drüben. Ich schau hier dann nach. Ich fürchte, das ist nicht ganz so eine lustige Sache, wie Madison hier denkt. Aber sie kann es halt nicht wissen. Woher soll sie das denn wissen? Ich meine, wir wissen es ja auch nicht hundertprozentig. Aber was soll es sonst sein, wenn ich die GED... Äh, nicht GED. Wenn ich, ähm... Wenn ich D'accord... Das sah mir 1a nach so einem D'accord-Schiff aus. Abgesehen ist es da hinten hin, an den Stranden von Moorland, wo die Schiffe von D'accord vor Anker liegen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, die Pferde waren hier. Die Herde. Du findest Schuhabdrücke von Stiefeln im Sand. Hier müssen Menschen gewesen sein. Okay. Und hier? Okay, wir haben erst mal die Detektivarbeit abgeschlossen. Die Anforderungen haben wir erfüllt. Ja, werden wir mal Agent Madison Bericht erstatten hier. Hm, nichts? Seltsam. Was? Wie, nichts? Wir haben doch was gefunden. Die Pferde waren unten am Strand. Das können wir in den Hufspuren erkennen. Aber wieso sind hier auch Hufspuren von Menschen? Und das Seil hier? Was glaubst du, hat das zu bedeuten, Dina? Ich stimme dir zu, das Ganze ist tatsächlich etwas seltsam. Denkst du, dass es vielleicht Schmuggler sind? Oder Piraten? Was für eine gute Idee, Dina. Nein, du liegst völlig richtig. Großmutter oder Mama und Papa wissen vielleicht etwas über die Fähre. Du solltest Detektiv-Ass genannt werden, Dina. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ey, es klingt ziemlich cool. Komm jetzt, Dina, lass uns zu Großmutter reiten. Wenn jemand etwas weiß, dann sie. Sie ist normalerweise drüben am Leuchtturm. Okay, wollte ganz kurz meine These hören. Ähm, da war ein Seil. Vielleicht wollten die Leute von Dark Core, die Ponys kidnappen, um sie irgendwie, okay, eigentlich ist die GED, vielleicht war es auch ein Schiff von der GED, war es genauso aus, wie wir das von Dark Core. Weil vielleicht wollen sie die Welsh Ponys als Grubenpony nutzen. Und wir wissen, dass die GED in einer Mine graben will. Das Schiff sah mir eher nach Dark Core aus und ist auch in ihre entsprechende Richtung gefahren, um eigentlich eher zu Dark Core zu gehören. Aber ich tippe, sie wollen die Pferde zu Grubenponyen machen. Ja, auch immer. Ob man GED oder Dark Core, das passt zu beiden. Das passt zu beiden. Wir reiten jetzt auf jeden Fall zum Leuchtturm. Und dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal, was Madisons Oma dazu zu sagen hat. Was hat in Sigrid damit zu tun? Und warum steht die Erde hier so verteilt? Das verstehe ich nicht. Hier sehen wir übrigens auch mal die Farben, die aktuell noch nicht drin sind. Der Grauschimmel, der Fuchs und hier hinten, da ist noch der Schimmel bei. Er hat eine kleine rosa Nase. Ah, wie süß. Ich mag die Äpfelung so ein bisschen, die man hier sieht. Die finde ich sehr, sehr gut gelungen. Ihr könnt es ja noch mal genauer sehen. Die finde ich super. Ja, ist das jetzt die Erde, die hier... Aber die stehen so zerstreut. Die stehen eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, okay, ähm, hier geht gleich was. Ich weiß es nicht. Aber Klessi und ich, wir reiten jetzt einfach mal weiter. Hui. Oh. Und, ähm, ja. Nichts wie weiter zum Leuchtturm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht bestätigt sich jetzt gleich schon einer unserer Verdachtsfälle. In puncto GED oder in puncto D'accord. Ich bin echt neugierig. Habe ich nicht eigentlich nur neue Sachen dabei? die ich in der Moll gekauft habe. Das Western-Zaunzeug sieht auch sehr hübsch aus an dem Pferd, muss ich sagen, an dem Pony. Gefällt mir richtig gut. Schaut mal hier. Also das Western-Zaunzeug, das macht sich wirklich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Gefällt mir. So. Gleich sind wir da. Genug hier geguckt, dass ich noch so alles im Inventar habe. Gleich wird's ernst. Gleich wird's ernst. Ich hoffe, ich hoffe so, dass Sigrid das dazu weiß. Oder vielleicht wenigstens eine Vermutung hat, die sich mit einer von unseren deckt, dass wir so, so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, in welche Richtung wir hier weiter die Augen offen halten müssen. Augen und Ohren. Oh. Da bist du ja, Madison. Noch einmal guten Tag, Dina. Schön, dich wiederzusehen und danke, dass du Madison gefunden hast. Madison, du bist viel zu spät. Wir hatten schon vor langer Zeit mit dem Unterricht anfangen können. Komm, pack deine Bücher aus und lass uns beginnen. Madison, was ist los? Hm. Großmutter, warte, ich und Dina müssen zuerst mit dir über etwas reden. Es ist sehr, sehr wichtig. Na, ich hoffe, sie lässt damit sich drüber reden. Danke, dass du Madison gefunden und nach Hause gebracht hast, Dina. Aber jetzt muss Madison sich auf den Unterricht vorbereiten. Sie hat bald einen Test und ich muss bis dahin einiges mit ihr durchgehen. Ich glaube nicht, dass du lügst, aber es ist recht unwahrscheinlich, dass eine Fähre am Strand angelegt hat. Vielleicht hat sie sich verfahren. Manchmal spielt ihr Nebel und das Licht einem streiche. Die Leute haben schon seltsame Dinge auf dem Wasser gesehen, von Seemonstern bis hin zu Seeleuten. Aber gut, auf und ran an die Bücher jetzt, damit wir mit dem Unterricht beginnen können. Das hatte ich schon, hatte ich fast geahnt, dass sie das als irgendwelchen Blödsinn abtut. Großmutter, ich schwöre es. Ich weiß, was ich gesehen habe. Da war eine Fähre und irgendetwas daran war faul. Okay, ich werde meine Schulbücher holen gehen. Psst, Dina, triff mich auf der Farm. Wir kriegen ein Shirt. Das blaue Fischer-Polo-Shirt. Okay. Ja, Sigrid, wir machen uns dann mal zurück zu den Winterweils. Nee, nicht Winterweils. Also auf jeden Fall in Richtung fahren. Bis dann mal. Hoppala. Tschüss. So. Okay, weiterzufahren. Da guckt man noch, was ansteht. Was hat denn da so gerauscht, als ob jetzt gerade ein Auto an uns vorbeigefahren wäre. Also so langsam wird es schon so ein bisschen gruselig hier. Mensch, Mensch. Vielleicht kommt hier irgendwo so ein großer, dunkler, böser, verhüllter Mann und dann ist das Herr Kemper. Nicht, nicht Herr Kemper. Herr Kemper war auch lustig. Nee, ähm, Mr. Sands oder so. Ein ungemütlicher Zeitgenosse. So, Madison. Super. Ich muss jetzt zurück zur Großmutter, aber ich verspreche dir, dass wir beide der Sache mit der Fähre auf den Grund gehen sollten. Wir sehen uns, Dina. Jetzt muss ich los. Ich bin spät dran. Ah, genau. Mein Vater bat mich, dir das zu geben, als ich drin meine Bücher geholt habe. Ein Dankeschön für deine Hilfe auf dem Hof. Bis dann. Okay, damit haben wir hier die Questreihe fertig. Das heißt auch, dass es dann morgen mit dem Aufbau der Brücke losgeht. So, aber was haben wir jetzt hier bekommen? Das blaue Fischer-Bullo-Shirt. Schöne, praktische und vor allem winddichte Kleidung aus dem windigen Südhof. Mit Reiten plus drei, Springen plus eins, Befehl plus vier. Können die für 460 Schillinge verkaufen. Hat keine Einschränkungen, so wie es hier aussieht. Ich finde sie jetzt natürlich übermäßig schick, aber je nachdem, was man gerade trägt, kann das, glaube ich, echt gut aussehen. Werte, ja, dafür, dass es keine Voraussetzungen hat, sind in Ordnung. Nicht renttauglich für später, aber soweit okay. Genau, jetzt kann ich, jetzt kann ich wieder fühlen. Mir hat ja jemand gesagt, dass es daran liegt, dass da man mit der Fähre gefahren ist, dass man da nicht mehr führen kann, was auch irgendwie ziemlich blöd wäre, wenn das so ist. Na gut. Ja, ihr Lieben, was es hier mit den Wildpferden auf sich hat, vor wem sind sie geflohen und warum war hier jemand mit der Fähre? Das erfahren wir, wenn es hier weitergeht mit den Quests. Wie gesagt, am Morgen sehen wir uns da bei Bernardine und sehen zu, dass wir die Brücke reparieren können von New Hillcrest nach Südhof. Irgendwas in meinem Gefühl sagt mir, dass wir demnächst noch ein bisschen häufiger nach Südhof müssen. Also Lieben, ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.